Nach zwei Einsätzen im Vietnam, einer Handvoll Medaillen, einem Knie voller Granatsplitter und einer ehrhaften Entlassung, beendete William Bill Overbeck seine Karriere als Soldat und versuchte, ein friedliches Leben zu führen. Und er hasste es. Jahrzehntelang wechselte Bill von einem miesen Job zum nächsten. Dann unterzog er sich einer Routineoperation und erwachte schließlich, nur um zu erkennen, dass die Welt, so wie er sie kannte, nicht mehr existierte. Eine solche verwandelte gewöhnliche Menschen in stumpfsinnige Tötungsmaschinen. Natürlich kämpfte er sich zuallererst seinen Weg nach Hause durch und zog seine Uniform an. Auf dem Weg durch verlassene Dörfer und tiefschwarze Wälder stieß er auf andere Überlebende und zusammen flohen sie vor den infizierten Horden. Am Ende opferte Bill sich, um sie zu retten. Seine Leiche wurde nie gefunden. Bill wurde dem Tod überlassen. Niemand weiß, dass er immer noch das Einzige hat, das er je wollte. Einen Feind, den er bekämpfen kann. Overbeck taumelt mit einem Stoffbeutel aus seinem Haus und versucht immer noch, die letzten paar Stunden seines Lebens zu verarbeiten. Alles ist verschwommen, nichts ergibt Sinn, und in seinen Adern pulsiert immer noch eine kribbelnde Mischung aus Betäubungsmitteln und Adrenalin. Es fühlt sich genauso an wie damals in Vietnam. Gerade versinkt man noch in eine weit entfernte Traumwelt und kurz darauf wehrt man in einem seltsamen, nebligen Albtraum den Chirurgen ab. Er erinnert sich an die Krankenschwester, die zuckt, krampft, sich verändert. In etwas, das er nicht ganz verstand und immer noch nicht versteht, obwohl sie überall sind. Er erinnert sich daran, gespürt zu haben, dass etwas nicht stimmte, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Er erinnert sich daran, wie sich sein Magen umdrehte und wie er gegen das Gewicht auf seinen Augenlidern kämpfte. Alles versuchte, um seine Augen offen zu halten, als die verdammte Hölle rund um ihn herum losbrach. Er erinnert sich, wie er mit der Krankenschwester zu Boden fiel, das Tablett klapperte und die Messer und Werkzeuge verstreut herumlagen. Er wollte schlafen, einfach nur schlafen, aber er befahl seinen Augen offen zu bleiben und sah die Spritze, die über den antiseptischen Boden rollte. Er erinnert sich, wie er seinen Arm ausstreckte, die Spritze nahm und sie in sein Herz stach. Oder in seinen Arm? Oder vielleicht beides? Er weiß es nicht mehr, ist auch egal. Es zählt nur, dass er es lebend aus dieser Hölle geschafft hat. Er schüttelt seinen pochenden Kopf und klettert über eine Absperrung, die eine Gasse versperrt. Er windet sich durch die brennende Stadt zum Markt. Der Großteil der Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Rauch und Dämpfe wabern in den Straßen. Die Luft stinkt nach der brennenden Zivilisation. Der brennenden Menschheit. Er erkennt den Geruch. Es bringt ihn zurück an Orte, die er lieber vergessen will. Alarmsirenen übertönen unaufhörlich die wiederhallenden Schreie der Infizierten. Flammen lodern in den Ruinen und auf den Absperrungen und lassen Philly wie eine glühende Wüste aus Tod und Zerstörung wirken. Er hatte Artikel über die sogenannte Grüne Grippe gelesen. Es waren nur wenige Tage vergangen und schon fühlte es sich an, als würde sie uns alle zurück in die gottverdammte Steinzeit katapultieren. Das ist schlimmer als in Vietnam. Viel schlimmer. Philly im Chaos versunken und von Infizierten überrannt. Es war mehr als eine gewöhnliche Grippe. Kein Scherz. Dutzende Verschwörungstheorien. Und jetzt ist es egal. Es ist einfach egal. Alles, was zählt, ist das Überleben. Das kennt er schon. Er hört jemanden fluchen und sieht eine junge Frau, die eine Horde von Infizierten beim Markteingang mit einem Rechen verprügelt. Beeindruckend. Auf sie mit Gebrüllsoldatin. Darf ich mich einmischen? Sie schlagen auf die Infizierten ein, bis nur noch Fleisch und Blut von ihnen übrig sind. Er starrt sie an. Sie kommt auf ihn zu. Nicht schlecht, alter Mann. Ich bin Zoe, die letzte Frau auf Erden. Nicht wirklich, aber so fühlt es sich an. Sie lacht und wischt sich faulige Fleischfetzen vom Arm. Sie erinnert ihn an eine kleine in Vietnam. Starkes Lächeln. Sehr witzig. Sehr stark. Genau wie sie. Hallo? Ist da jemand? Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Bill hört die Hilferufe über dem qualvollen Stöhnen der Infizierten. Inmitten des Chaos sieht er einen Käfig, der von Infizierten umzingelt ist. Er schnappt sich sein Gewehr und schießt. Die Köpfe der Infizierten zerbersten wie Wassermelonen. Er nährt sich mit Zoe dem Käfig, indem er einen mit Blut bedeckten Mann sieht. Vom Regen in den Käfig. Er lacht. Wie bist du denn in dieses Drecksloch geraten? Der Mann seufzt. Hör auf zu quasseln und hol mich hier raus. Zoe sieht sich um. Etwas stimmt hier nicht. Sie hat gute Instinkte. Bill fühlt dasselbe Unwohlsein. Der Mann schlägt gegen den Käfig. Holt mich einfach hier raus, bevor sie zurückkommen. Bill hebt den Gewehrkolben und schlägt das Schloss mit einem lauten Scheppern vom Riegel. Frohe Weihnachten, Kleiner. Der Mann grinst. Das gefällt mir, Opa. Aber ich bin nicht klein. Nenn mich Francis. Francis tritt aus dem Käfig und wiederholt immer wieder. Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Verdammt. Bill spuckt über die Leiche eines Infizierten, die über den Trümmern liegt. Das ist mein Spruch. Lass dir einen eigenen einfallen. Francis' Lächeln wird noch breiter. Für so einen Spruch gibt es kein Copyright. Bill weiß, was er tut. Sie sind eine Art Rudel und hier geht es nicht um einen Spruch. Hier geht es darum, wer das Sagen hat. Ziemlich unverschämt für einen Zivilisten. Die Wahrheit ist, in diesem Chaos hat niemand das Sagen und wir müssen alle irgendwann die Führung übernehmen. Er ist nur zu dumm, um das zu verstehen. Er muss ihn jetzt brechen, bevor es unangenehm wird. Ihm den Kopf zurechtrücken. Er nährt sich dem Mann. Zoe seufzt. Jungs, es ist doch nur ein gottverdammter Spruch. Ein plötzliches Klicken hinter ihnen und Bill spürt, dass sie am Arsch sind. Sie drehen sich um und sehen drei Männer mit auf sie gerichteten Gewehren. Vom Käfig ins verdammte Feuer. Francis seufzt. Scheiße, Kanadier. Bill mustert sie. Eine Gruppe von Männern in provisorischen Schutzanzügen und mit Gewehren. Wir sind keine Kanadier und jetzt bewegt euch. Bill sieht Zoe und Francis an und raunt. Das sind Prepper. Francis zieht eine Grimasse. Also was willst du damit sagen? Meinst du, die sind schlimmer als Kanadier? Bill hat darauf keine Antwort. Er hat mit Kanadiern gekämpft. Verdammt gute Männer. Was hast du gegen Kanadier? Francis zuckt mit den Schultern. Eine ganze Menge? Ein Idiot schubst Bill mit einer Art provisorischem Elektroschocker in einen Raum. Vorsichtig mit dem Ding, Seda. Der Idiot verpasst ihm einen Stromschlag. Wir sind nicht die Seda. Er schiebt Bill in die Ecke mit Francis und Zoe. Er sieht einen Nerd an einem Computer. Sie sagen ihm, er soll sich in die Maschine hacken, aber er meint, er kann das nicht. Er kennt sich mit Technik aus, aber Hacker ist er keiner. Nach ein paar Versuchen schieben sie ihn zur Seite. Sie nennen ihn Junge. Er sagt, er heiße Lois und nicht Junge, worauf er eine Pistole ins Gesicht bekommt. Der Nerd hat Mumm und Haltung. Die Prepper reden untereinander. Einer von ihnen setzt sich an den Laptop und hackt sich hinein. Bill hört Gesprächsfetzen mit. Suche im Computer nach den Standorten der Unterschlüpfe. Die Krippe hat sich schneller breit gemacht, als es je irgendjemand erwartet hätte. Alle, die Unterschlüpfe vorbereitet haben, haben sich angesteckt, bevor sie sie verwenden konnten. Diese Arschlöcher planen einen Weg durch die Stadt und nutzen die Unterschlüpfe als Kontrollpunkte, wie bei der alten U-Bahn. Wie passend für Philadelphia. Sie haben vermutlich hunderte Ideen, wie sie uns verwenden können. Einer von ihnen schnappt sich Zoe, hat wohl eine eigene Idee. Trotz seiner Fessel hechtet Bill an ihre Seite. Nimm deine dreckigen Pfoten von ihr. Der Wüstling kommt ihr näher und sie gibt ihm einen Tritt, den er nie wieder vergessen wird. Bill hätte nicht gedacht, dass man so schreien kann. Er blickt Zoe mit großen, anerkennenden Augen an. Der Rohling schreit immer noch wie am Spieß und sinkt auf die Knie, während er sich die Eier hält. Sein Kumpel eilt ihm zu Hilfe. Hilft dem schreienden Mann auf, aber er sieht anders aus. Richtig verändert. Es ist etwas in seinen Augen. Oder eher etwas, das in seinen Augen fehlt. Scheiße. Lois weicht von dem Mann zurück, als wäre er die Pest. Francis gerät in Panik. Holt uns hier raus! Lois hebt ein Messer vom Boden auf und befreit Bill, während die Prepper bleich werden. Schreie und Rufe hallen um sie herum wieder, während Bill, Zoe und Lois, Francis befreit. Sie treten zurück. Zoe keucht. Was sollen wir tun? Bill zuckt mit den Schultern und seufzt. Wir können nichts für sie tun. Ein Infizierter stürmt plötzlich auf Zoe zu. Francis schlägt ihm den Kopf ab. Frohe Weihnachten! Er blickt zu Bill, um seine Reaktion zu sehen. Bill schüttelt seinen Kopf und wirkt unbeeindruckt. Lass dir deinen eigenen Spruch einfallen, Kleiner, wenn du das nötige Hirnschmalz dazu hast. Francis prustet verächtlich. Lois richtet seine Krawatte. Francis zieht eine Grimasse und stupst Lois an. Nimm die Krawatte ab. Nimm diese verdammte Krawatte ab. Lois ignoriert ihn. Zoe fordert die Jungs auf, endlich die Klappe zu halten und ihr zu folgen. Suchen wir uns eine Insel, auf der wir verrotten und uns über Krawatten streiten können. Bill hebt begeistert eine Augenbraue. Das klingt nach einem Plan. Ihm gefällt die Idee, auf einer Insel zu verfaulen, während die Welt zugrunde geht tatsächlich. Die Kleine hat recht. Schnappen wir uns Ausrüstung und dann machen wir uns aus dem Staub. Bill führt sein Gesindel, wie er sie nennt, durch eine Stadt, die er nicht wiedererkennt. Es ist verrückt, wie schnell die Grippe alles verändert hat. Ha, Veränderung. Die eine Sache, die ihn nie überrascht hat. Die einzige Konstante in seinem Leben. Wandel und Überleben in der neuen Normalität. Aber diese neue Normalität, an die muss er sich erst gewöhnen. Es ist ja nicht so, dass sie einander in Stücke reißen, sich entschuldigen und dann wieder Freunde sein würden. Er starrt in die Finsternis und geht die letzten paar Stunden seines Lebens in Gedanken nochmal durch. Er hat sich nicht angesteckt. Sie haben sich nicht angesteckt. Und das hätte auf jeden Fall passieren sollen. Dann wird ihm klar, Sie sind immun. Sie haben keine Symptome. Tickende Bomben, die nur darauf warten, die Grippe zu verbreiten. Ich habe ihnen die Grippe gebracht. Ha, arme Schweine. Lois stellt sich neben Bill. Was jetzt, Opa? Bill verzieht sein Gesicht. Nenn mich nicht Opa. Ich habe nichts gegen alter Mann, aber nicht Opa. Bill geht weiter. Ich werde dir verraten, was jetzt... Jetzt suchen wir einen Unterschlupf und erholen uns. Aber erst schlägst du Francis auf die Fresse, weil er so viel Scheiße labert. Bill lacht. Ich mache nur Spaß, Junge. Aber ich sehe ja, dass dich die Krawattenschätze nerven. Nimm es nicht persönlich. Das ist seine Art, mit dieser Scheiße umzugehen. Ich kannte Männer wie ihn in Vietnam. Sie haben Angst zu sterben und lenken sich selbst ab, indem sie anderen auf die Nerven gehen. Aber was mich wirklich fertig macht, ist, dass er meinen verdammten Spruch geklaut hat. Lois lacht. Bill findet es nicht besonders witzig. Ich weiß, ich weiß, Nachahmung ist das ehrlichste Kompliment. Aber dass dieser Zivilist meinen Spruch verwendet, das gefällt mir nicht. Die Unterschlüpfe sind verlassen, aber sie sind immer noch wahre Schatzkammern voller Vorräte. Dieses Monster von einer Grippe hat schnell zugeschlagen und keine Gefangenen genommen. Bill seufzt und bezweifelt, dass die Evakuierungen noch laufen. Zoe hingegen glaubt, dass sich die Regierung noch etwas schert. Die Welt ist zugrunde gegangen und der Regierung ist das egal, aber er wird nichts sagen. Das Letzte, was er tun wird, ist, ihnen die Hoffnung zu nehmen, während sie sich durch die Gedärme der Gefallenen statt schleichen. Zoe's andere Idee mit der Insel, auf der sie verfaulen konnten, hatte ihm gefallen. Das ist eine gute Idee. Wenn man irgendwo verfaulen muss, dann ist es eine Insel. Irgendeine Insel, keine so schlechte Idee. Vor allem eine mit Kokosnüssen. Aber wenn sie auf die Regierung hofft, kann sie ruhig weitermachen. Er wird ihr diese Hoffnung nicht nehmen. Auch wenn er selbst genug über die Regierung weiß, um zu wissen, dass sie keinen zweiten Gedanken wert ist, ganz zu schweigen von einer zweiten Chance. Aber er wird schweigen für die Zivilistin, die noch an das System glaubt. Ein System, das schon lange vor der Grippe kaputt war. Außerdem wird er sich etwas überlegen, während sie auf die Regierung hofft. So macht er es immer. Zoe sieht ihn an. Es muss mehr wie uns geben. Gebiete, die geschützt wurden, unter Quarantäne gestellt. Es kann nicht sein, dass alle Städte so sind. Bill unterdrückt eine zynische Bemerkung. Zoe hat etwas an sich, das er respektiert. Sie erinnert ihn an jemanden, den er mal kannte. Jemanden, der er mal war. Jemanden, der viele Ideen und Ideale hatte, bevor er das wahre Gesicht der Regierungen, der Menschheit sah. Es ist schön, das in ihr zu sehen. Wirklich schön. Er hofft, dass er das erhalten bleibt und es dieser Hölle nicht aus ihr rausstampft. Ein starker Wind raunt schrecklich und trägt einen allzu bekannten Geruch mit sich. Den Geruch von Fäulnis. Den Geruch von Dreck. Den Geruch von Tod. Die Infizierten. Dutzende von ihnen. Vielleicht Hunderte. Bill handelt instinktiv. Augen auf. Waffen bereit. Bevor er noch etwas sagen kann, werden sie von den Infizierten eingekreist. Schüsse knallen durch die tote Stadt, Köpfe bersten wie verdorbene, verfaulende Melonen und die Infizierten liegen überall verstreut. Einer stürmt aus den Schatten auf Bill zu. Ohne zu zögern schießt Francis ihm den Schädel weg und wendet sich Bill zu. Frohe Weihnachten. Bill seufzt tief. Der Dreckskerl hat mein Leben gerettet und jetzt will er es mir unter die Nase reiben. Er wirft Francis einen strengen, vorwurfsvollen Blick zu. Also gut, du kannst den Spruch haben. Und jetzt halt den Rand und schieß. Bill flucht leise und erschießt weiter die dunklen Silhouetten, die durch die tiefe, orangefarbene Dämmerung auf sie zustürmen. Verdammt, wie habe ich das vermisst. Aber ich habe den Gänstern einen��fl ب von B-Bitz-Rösschen 3.0 thirst. Vielen Dank.